Kuscheln die mit? Ach nee, der sitzt da. Ach, ich dachte, oh, mein Stuhl. Ach, der sitzt da. Da sind also vier Stück drin, alles klar. Äh, ja, äh, wie soll ich denn die hier kaputte machen? Ja, ähm, genau, der macht also ein No Kill ran. Ähm, werde ich auf jeden Fall mal vorbeischauen. Müsste mal in der ersten Folgen gucken. Hat er mich gefragt, wie ich das aufnehme. Und dann werde ich ihm nochmal schreiben, dass hier mit der Bandicam, also dass man auf jeden Fall eine ältere Version nutzen müsste. Okay, naja, gut. Jetzt heißt es darum, kümmern wir uns hier um die wahren und wirklich wichtigen Dinge im Leben. Gehen wir uns mal hier hin. Was sieht der mich da? Okay. So, die Frage ist, wenn ich mich hier hinstelle, weißt du mich dann durchs Fenster eigentlich nicht. Du, so in dem Winkel auch nicht und du kommst wahrscheinlich gar nicht raus. Okay, dann machen wir mal hier Quicktime Action. So, wir speichern. Gucken, ob das funktioniert. Oh, guck mal da hin. Oh, und hopp. Ah ja, er kann, er kann also da durchschießen. Er kann, wenn er sich umdreht. Aber ich könnte hier rein theoretisch ihn auch messern. Das könnte ich auch machen. Das wäre nicht so. Probieren wir es mal. Dann hätte ich aber kein Messer. Das bringt mir hier aber eigentlich... Doch, das bringt mir was. Das würde mir sogar was bringen. Ich glaube, dass ich hier mit mir aggieren muss und diesem schönen Pfeil. Denn... Wenn der die drei weg macht, ja. So, hier. Dann ist dieser Pfeil vielleicht doch irgendwann nochmal irgendwas nutzt. So, den könnte man natürlich auch hier mal nehmen oder so, aber da kommt man halt so schlecht ran, weil die sich gegenseitig sehen. So, dann komm nochmal da hin. So, QuickTime. Machst du GIFT-File auf den. So, nochmal speichern. Also, das heißt, wir stehen... Jetzt habe ich ihn natürlich nicht getroffen. F8 war da dran. Ich zeige, ich passe auf. Okay, das geht. Aber... Ja. Okay. Yes. Ja. Aber gut funktioniert, oder? Ja. Also, ich denke schon. Dann kommt hier Elbenseil, Joe. Sehr schön. Super. Okay. So, das war doch mal... Das ist doch mal eine elegante Lösung gewesen, oder? Unverletzte Mia. Sehr schön. Okay. Ähm, wir speichern. Äh, wer kann denn... Du kannst das dann nehmen. Was ist das denn? Was ist das? Ach, Erdnüsse waren das. Kannst du nicht wahrscheinlich noch ein Giftpfeil aufnehmen. Ähm. Ähm. Äh. Bomben. Und du kannst hier nochmal ein bisschen nach... Ein paar Pfläster schienen. Okay. Oh. Ein paar ist gut. Vier. So. Hm. Nächsten. Okay. Dog. Ähm. Kann ich... So, du bist der Einzige, der uns sieht hier? Hä? Soll ich hier rauskommen? Gibt's hier noch irgendwo... Gibt's hier irgendwo einen Schlüssel, der wirkt? Ähm. Ja. Hä? Oder kommt jetzt hier wieder, kommt jetzt hier wieder der Affe ins Spiel? Der Monkey. Das kann natürlich sein. Okay, dann machen wir folgendes. Was ist das denn da? Ach so. Ja gut, okay. Dann muss ich jetzt hier... Also dann empfiehlt es sich natürlich hier ein bisschen aufzuräumen, dass sie nicht gleich... Ähm... Dass sie hier nicht gleich die Leichen sehen. Okay. Pass auf, dann kommst du mal da hin. Kommst du mal da hin. So. Mia auch. Mann, die ist ja doch noch... Die ist ja doch noch zu irgendwas zu gebrauchen. So. Okay. Kommst du... Kommst du... Also... Ich kann dich ja auch anlocken. Aha. Willst du? Willst du hierher? Komm zu mir. Schickst du ihn rein? Nee. Machst du nicht. Gut. Dann bringst du... Dann bringst du mir nix. Gut. Pass auf. Dann kommst du mal da hin. Du müsstest du den Tanz in Aachen ja eigentlich auch da sehen, oder? So. 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 Nehmen wir euch. Ja. Also. Das wäre jetzt so die einzige Möglichkeit, die ich jetzt hier sehen würde. Dass halt einer da irgendwie reinkommt. Ansonsten wüsste ich jetzt nicht, wie ich hier rauskomme. noch... Oh ja. Ja. Nö. Hm? Also. Hm. Okay. Ähm. Ja. Äh. Hm. War es vielleicht ein Fehler, dass er da unten vorhin da irgendwie hochgegangen ist? Was? Also was heißt Fehler? Ähm. Wusste... Wusste ja keiner. Du kannst ihn auch reinschicken. Oder... Kann ich hier auch einen... Probier jetzt einfach mal hier alles aus mit... Pff... Der... 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 Macht sich da... Der macht sich da gar nichts draus. Okay. Die Frage ist, macht er sich hier vielleicht auch was aus Kate? Ich weiß es nicht. Wir probieren es mal. Also viele Möglichkeiten haben wir ja dann nicht mehr. Also der Affe ist es nicht. Die Spiegel ist es auch nicht. Sam hat nichts. Ähm. Doc hat auch nichts. Da kann man nur die abschießen. Also... Ja. Wollen wir auch nicht. Uh. Okay. Was scheint es doch denn zu sein? Er bleibt hier angebotet stehen. Ja. 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 Gut. Ähm. Ja. Ich bin zu blöd hier. Ich sehe gerade was nicht. Aber eigentlich bin ich nicht zu blöd. Gut. Also hier ist auch nichts mehr. Ähm. Wir waren mit jedem hier an dieser komischen... Wir können ja hier auch keine Items klauen oder so. Ach das mit dem Schlüssel dort. Ja. Ja. Was ist hier? Ja. Das können wir gar nicht rein. Tja. Ja. Ich bin gerade etwas... Überfragt. Okay. Das heißt also... Das einzige was mir jetzt noch einfallen würde, wären die Karten halt. Nicht? Also aber... Ja. Oh. Das wäre jetzt noch das einzige. Na gut. Man muss ja auch mal ein bisschen rum experimentieren. Nehmen wir mal eine kleine Kartenspur hier. Wenn das nicht funktioniert, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Und dann kann es vielleicht wirklich an dem gelegen haben... Ah ja. Ach so. Bei Karten? Ne. Alter komm doch mal her. Ja. Du Kackvogel. Ich kann hier leider auch nicht rein zoomen. Doch ich kann zoomen, aber das bringt mir nicht viel. Ah. Äh. Ja. So sieht es übrigens auch schön aus. Hm. Tja. Ich hab... Hm. Okay. Was gibt es denn noch? Ja, eine Pfeife gibt es noch. Die bringt mir auch nix. Was wollen wir diesen dämlichen Affen? Die Frage ist, können wir hier... Das bringt mir doch aber nix, oder? Also wenn ich jetzt den Affen dahin jage... Ja. Der kommt doch gar nicht durch. Das war's. Mädels. Es gibt hier... Also... Spiel ist zu Ende. Also vielleicht war's auch damals, dass ich... Mein Erinnerungsvermögen... Keine Ahnung. Also... Ja. Ähm. Na ja, gut. Okay. Was ist, wenn ich jetzt auf den... Äh... Ja, auf... Weiß ich nicht. Wie muss ich sie... Okay. Vielleicht muss ich auch einfach nur anlocken. Das kann natürlich auch sein. Wie geht halt nicht rein, ne? Ah. Das bringt mir alles nix. Kommt der da unten? Nö. Ja. Und nun? Es kommt keiner rein hier. Das ist unglaublich. Ach man, schießt doch mal. Alter. So. Quicktime hier. Ach man, schießt doch mal. Das kann ich auch speichern. Das ist auch egal. Der Dampfer ist abgefahren, wenn ich jetzt hier nicht weiterkomme. Das ist... Wurscht. Ja, du bist ja auch ein toller Schütze. Ja, du kommst mit einmal, ne? Kleiner Vogel, du. Was ist denn, wenn ich den hier einfach mit Sam abschieße? Das geht natürlich auch noch. Was ist denn da? Ich meine, Sam trifft jetzt nicht besonders toll. Ja, du sollst dich nur zeigen, du sollst auch kommen, du. Auf jeden Fall ein lustiges Level, muss man schon sagen. Also. Sollen wir den da oben einfach anbieten? Also wenn wir ihn treffen... Passt dann was? Passt dann was? Nö. Das sieht ihr alle gar nicht. Scheiß drauf, oder was? Ja, komm jetzt her, hier. Ja, du hast ja hier... Ich muss ich den auch mit dem Schießen hier anlocken. Ähm. Oh, Samisam. Samisam. Komm mal her, hier. Ja, na, da komm doch einfach her, hier. Äh. Äh. Oder muss ich mich mit einem vielleicht gefangen nehmen lassen? Das kann ich mir nicht vorstellen. Äh, komm. Okay, wir probieren aber nochmal ein bisschen rum. Ist ja, ist ja mal ganz interessant hier. Naja. Naja, du kommst doch sowieso nicht. Er zeigt auf mich und der geht nicht rein. Ist das auch ein Backe oder so? Keine Ahnung. Wie ist die Mission auch einfach nicht schaffbar? Ach. Ich bin wieder angepixt. Ha. Getroffen reichen. Hm. Na gut, ich probiere es jetzt noch ein bisschen hier. Ähm. Hier mit der... Ja, und jetzt? Kommst du jetzt rein? Hä? Was macht der denn jetzt? Kommt der jetzt? Dann geht der wieder zurück. Wenn der jetzt wieder zurückgeht, dann kannst du mich mal am... Dann kannst du mich echt mal am Ohrläppchen kraulen. Du bist so ein Bastard. Dann kommt jetzt noch ein anderer. Was tut es? Was macht er denn da? War der Doppelgänger oder was? Ey, ist das dein Ernst? Zwillinge. Was macht er denn jetzt? Gibt es hier irgendwo einen Geheimgang oder was, den ich entdecken muss? Ach. Ne. Der haut wieder ab. Ey, das ist doch wohl... Dann zwei von mir... Scheiße. Das ist doch alles der größte Bullshit hier. Ey, das... Ne. Das kann nicht sein. Die Mission kann so nicht funktionieren. Also... Das ist gar nicht was. Guck mal, jetzt habe ich ihn ja... Ich will ihn auch mal töten. Vielleicht kommt er ja auch rein. Wenn ich hier sage, hey, pass auf, hier, Kalle. Dann sagt er, ist mir egal. Jetzt zeigt er auf ihn und er geht nicht rein. Er ist ein alter Bastard. Da muss erst einer, da muss erst einer sterben. Ich sag's euch. Da muss erst hier... Da muss erst hier Silberlocke... Ah, endlich. So. Und jetzt? Jetzt haben wir ihn der Land. Nix. Es passiert nix. Das ist doch nicht dein Ernst. Was ist, wenn ich ihn da umtöte? So. Und du? Jetzt rennt er da hin. So. Und du? Kommt so... Interessiert dich gar nicht, wa? Ist er da reingeschossen? Eingeschossen? Ähm. Ja. Vielleicht muss ich hier die unten auch... Hm. Ich glaube, ich hab... Also... Bin jetzt hier kein... Also... Bin ein bisschen sprachlos gerade. Also... Ihr merkt's vielleicht. Ich bin sprachlos. Ganz ehrlich. Also... Ich weiß jetzt nicht, was jetzt hier noch passieren soll. Ähm. Ich mein, ich werd jetzt nur mit Doc hier mal... Olle... Was ist er denn hier? Was ist denn hier? Olle Sunwise Gamgee? Ach, da unten bist du hingerannt. Kommst du mal hierher? Guck mal, geht mal da hin. Mia... Kann mal hier unten weg. Ähm. Was passiert, wenn wir mal hier unten hingehen? Nix. Okay. Ähm. Doc heilt mal... Sam. So. Okay. Ähm. Ich meine, wir können ja... Ah ja. Okay. Die kommen also... Jetzt will ich mal F5 machen. So. F5. gut. Gut. Vielleicht kommen wir ja auch hier... Wir kommen... Also die kommen raus, ähm... Aber wir kommen nicht rein. Ey, das ist doch... Ja. Ja. Gut, Jungs. Ähm. Ähm... An dieser Stelle habe ich jetzt also hier ganz, ganz viel herum experimentiert. Ich weiß nicht, wie ich durch diese... Ich weiß nicht, wie ich durch diese... Ähm... Ich muss ja auch... Ähm... Das wäre es jetzt gewesen, so... Ja, so einfach jede... So einfach nach hinten klicken und dann geht das Ding automatisch auf. Ähm... Ja, ähm... Naja... Das ist... Ich glaube, das hat damit zu tun, dass der Typ hier rausgegangen ist. Der... Der Fragel da. Ähm... Aber... Ja, gut. Okay. Ich bedanke mich an dieser Stelle ganz, ganz artig fürs Zusehen. Wir haben uns hier ein bisschen verrannt. Ich weiß nicht, ob ich die Mission dann vielleicht nochmal anfangen muss. Wir werden es sehen. Und dann vielleicht ein bisschen vorsichtiger hier. Ich meine... Naja... Was ist denn... Okay. Pass auf. Ich will jetzt wirklich nochmal alle Varianten ausprobieren. Also manch einer lässt sich durch Karten locken. So. Aber er ist ja halt auch nicht hier reingekommen. Das wundert mich so ein bisschen. Okay. Pass auf. Wenn wir... Also wir haben ja nicht viele Dinge zum Werfen, aber Karten können wir werfen. Ähm... Oder auch nicht. Doch, doch. So. Ne, oder? Jetzt kommst du? Das ist nicht dein Ernst. Ja, warte mal. Ist es das? Ist es das? Also nachdem ich hier unten völlig sinnlos die drei Typen da... Ist es das? Das... Also das wärs ja. Ja. Pass auf. Du gehst da hin. Ähm... Kate kommt mal hierher. Ne. Dich können wir ja da liegen lassen. Ne? Pass auf. Ne. Das ist es tatsächlich. Ne? Ne. Also das... Das kann aber nicht Sinn des Spiels sein. Ist es das wirklich? Okay. Pass auf. Wir speichern nochmal. Pum... 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 So. Also reichen die Karten aus? Das ist die Frage. Ne. Die reicht nicht aus. Das ist es auch nicht. F8. Ne. Ne. Er kommt nicht rein. Ne. Er kommt nicht rein. Ne. Er kommt nicht rein. Okay. Gut. Okay. Also jetzt habe ich wirklich alles ausprobiert hier. Ich weiß nicht woran es liegt. Bedanke mich bei euch trotzdem ganz ganz artig fürs Zusehen. Ich werde wahrscheinlich schmulen gehen müssen. Ähm... Es tut mir ein bisschen leid woran es hier liegt. Und ich tippe mal auf ihn hier oben, der hier irgendwie da weggegangen ist. Und wahrscheinlich das Tor verschlossen hat. Keine Ahnung. Na gut. Kann irgendwer anders knallen? Schlösser knacken? Ne. Gut. Ich gebe erstmal auf. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich wenn ihr wieder dabei seid. Bis dann. Euer Schwanne. Ciao.